Georgius Agricola war ein deutscher Wissenschaftler, der als Vater der Mineralogie bekannt wurde. Als herausragende Renaissance-Gelehrter zeichnete er sich außerdem durch besondere Leistungen in Pädagogik, Medizin, Metrologie, Philosophie und Geschichte aus. Georgius Agricola hieß mit bürgerlichem Namen Georg Pawer bzw. Bauer. Petrus Musillanus, sein Leipziger Professor, riet ihm zur Latinisierung des Namens. Biografie Agricola wurde 1494 als zweites von sieben Kindern eines Tuchmachers und Färbers in Glauchau geboren. Dort erhielt er seinen ersten Unterricht, sodass er im Alter von zwölf Jahren nach Chemnitz in die Lateinschule gehen konnte. Hier verliert sich zunächst seine Spur. Er tauchte zwar kurz in Magdeburg auf, aber sicher ist erst wieder seine Immatrikulation an der Universität Leipzig. Da studierte er von 1514 bis 1518 alte Sprachen bei Petrus Musillanus, einem Anhänger Erasmus von Rotterdam, der ihn anschließend in Zwickau empfahl. So wurde Agricola dort zuerst Konrektor, dann Rektor der Zwickauer Ratsschule und schuf einen neuen Schultyp mit Latein, Griechisch und Hebräisch Unterricht in Kombination mit Gewerbekunde. Ackerbau, Weinbau, Bau und Messwesen rechnen Arzneimittelkunde und Militärwesen. Nachdem Agricola 1522 erneut in Leipzig studierte, diesmal Medizin, ging er 1523 an die Universitäten von Bologna und Padua. 1524 begab er sich nach Venedig, um im Verlag Aldus Manutzius die Galen-Ausgabe zu bearbeiten. 1526 kehrte er nach Chemnitz zurück. Zurück in Deutschland im Jahre 1527 heiratete Agricola die Witwe Anna Meiner aus Chemnitz und ließ sich nun als Arzt und Apotheker in Sankt Joachimstahl nieder. 1531 wurde er Stadtarzt in Chemnitz, dort hatte er viermal das Bürgermeisteramt inne. Zudem war er im Staatsdienst als sächsischer Hofhistoriograf beschäftigt. Als Universalgelehrter forschte Agricola im Bereich der Medizin, Pharmazie, Alchemie, Philologie und Pädagogik, Politik und Geschichte, Metrologie, Geowissenschaften und Bergbau. Agricola verband humanistische Gelehrsamkeit mit technischen Kenntnissen. So entstand sein Erstlingswerk Bermanus Siverdere Metallica, in dem er Verfahren zur Erzsuche und Verarbeitung sowie Metallgewinnung ebenso beschreibt wie die Fortschritte der Bergbautechnik. Das Markscheidewesen, den Transport, die Aufbereitung und die Verarbeitung der Erze. In Demensuris e Ponderibus von 1533 beschreibt er die griechischen und römischen Maße und Gewichte. Seiner Zeit gab es keine einheitlichen Maße, was den Handel erheblich behinderte. Dieses Werk legte den Grundstein für Agricolas Ruf als humanistischer Gelehrter. Mit mehreren Werken begründete Agricola die Geowissenschaften. So beschreibt er die Entstehung der Stoffe im Erdenneren in die Ortoe Cossi Subterraneorum von 1544. Die Natur der aus dem Erdenneren hervorquellenden Dinge in seinem Werk De Natura Eorum Queerflu und Exterra von 1545, Mineralien in De Natura Fossilium sowie die Erzlagerstätten und den Erzbergbau in alter und neuer Zeit. Auch der Meurerbrief von 1546 gehört zu diesen Werken. Agricola war zweimal verheiratet und hatte sechs Kinder. Seine erste Frau starb 1540. Zwei Jahre später heiratete er im Alter von 48 Jahren die 30 Jahre jüngere Tochter Anna von Ulrich Schütz D. J. dem ehemaligen Besitzer der Seigerhütte Chemnitz. Dadurch heiratete er in die damals reichste Chemnitzer Familie ein. Am 21. November 1555 im Alter von 61 Jahren starb er in Chemnitz. Nach der Reformation in Sachsen verweigerte die Stadt dem katholischen Agricola die Beerdigung auf Chemnitzer Flur. Auf Initiative seines Freundes des Gelehrten und Bischofs Julius Pflug von Seitz wurde er daraufhin in der Schlosskirche von Seitz begraben. De Natura Fossilium Libri X. Gegründet auf viele eigene Untersuchungen fasste Agricola in den zehn Büchern von De Natura Fossilium das mineralogische und geologische Wissen seiner Zeit zusammen. Unter Fossilien verstand man damals nicht nur versteinerte Lebewesen sondern auch Steine und Mineralien. Das Werk gilt als erstes umfassendes Lehrbuch bzw. Handbuch der Mineralogie welches sich eines systematischen wissenschaftlichen Ansatzes bediente. Darin werden Vorkommen, Gewinnung, Eigenschaften und Verwendung von Mineralien beschrieben. Vor allem klassifizierte Agricola die Mineralien anhand ihrer physikalischen Eigenschaften wie Form, Farbe, Transparenz, Glanz und Gewicht. Im ersten Buch werden allgemeine Mineraleigenschaften behandelt. Im zweiten Erden gefolgt von Büchern über magere und fette Salze. Im fünften bis siebten Buch werden unter anderem Edelsteine beschrieben. Im achten und neunten Buch Metallische Schlacken. Das zehnte Buch schließlich befasst sich mit mineralischen Gemischen. Hauptwerk Deré Metalique Libri XII. Durch zahlreiche Reisen im Bergbaurevier des sächsischen und böhmischen Erzgebirges gewann Agricola einen Überblick über die gesamte Technik des Bergbaus und Hüttenwesens zu seiner Zeit. Das Ergebnis ist sein ein Jahr nach seinem Tod in lateinischer Sprache in Basel 1556 erschienes Hauptwerk Deré Metalique Libri XII. Später wurde es in zahlreiche andere Sprachen übersetzt. Philippus Bechius, ein Freund Agricolas und Professor an der Universität Basel, übertrug die Schrift ins Deutsche und veröffentlichte sie 1557 unter dem Titel vom Bergwerk zwölf Bücher. Es handelt sich um die erste systematische technologische Untersuchung des Berg- und Hüttenwesens und blieb zwei Jahrhunderte lang das maßgebliche Werk zu diesem Thema. Der erste Band stellt eine zeitgemäße Apologie dar und vergleicht den Bergbau mit anderen Gewerben, beispielsweise der Landwirtschaft oder dem Handel. Im zweiten Band werden die Erschließungsbedingungen erörtert, also geografische Beschaffenheit, Wasserhaltung, Wege, Bodenbesitz und Landesherrschaft. Im dritten Band das mag Scheidewesen. Der vierte Band äußert sich zur Verteilung der Grubenfelder und den Pflichten des Bergbeamten. Im fünften Band werden die verschiedenen Schachtdaten und ihr Ausbau beschrieben, zudem der Gangbau und das Vermessen unter Tage. Der sechste ist der umfangreichste Band und behandelt die Geräte und Maschinen des Bergbaus. Das Probieren der Erze findet sich im siebten Band, ihr Aufbereitungsprozess im achten Band. Das Schmelzen und die Verfahren zur Metallgewinnung inklusive einer Anleitung zum Schmelzhofenbau finden sich im neunten Band. In den Bänden 10, 11 und 12 geht es dann noch um das Scheiden von Edelmetallen, das Gewinnen von Salzen, Schwefel und Bitumen sowie um Glas. Im Gesamtwerk stehen ausschließlich objektive Eigenschaften zur Diskussion. Alle Überlieferungen und alchemistische Aussagen werden auf ihren Wahrheitsgehalt untersucht. Mangels einheitlicher Maße nimmt Agricola Bezug auf bekannte Angaben. Bei kleinen, mittleren oder groben Zinnetzstücken braucht der erfahrene Schmelzer, wenn er die ersten verschmilzt, nur langsam Feuer, wenn die zweiten mittleres, wenn die dritten scharfes, jedoch viel weniger scharfes als wenn er Gold, Silber oder Kupfererz verschmilzt oder man habe noch so lange zu erhitzen als einer braucht 15 Schritte zu gehen. Die Beschreibungen der Minerale bauen auf den Werken von Avikenner und Albertus Magnus auf. Dieses Buch der Metallkunde war auch Francis Bacon bekannt, der daraus wichtige Anregungen entnahm. Es enthält neben einer modernen Theorie der Entstehung von Erzgängen allerdings auch Abschnitte über Kobolde und Drachen in den Gruben, die Agricola Lebewesen unter Tage nannte. Postum-Ehrungen 1926 gründen Oskar von Miller, Schöpfer des Deutschen Museums und Konrad Machos. Erstes Ziel der Gesellschaft ist die Herausgabe der ersten modernen deutschen Ausgabe von Agricolas Hauptwerk. 1960 konstituiert sich beim Verein Deutscher Ingenieure unter maßgeblicher Beteiligung des Deutschen Verbandes Technisch-Wissenschaftlicher Vereine, e.V. 1961 benannte sich das Saalfelder Krankenhaus Georgius Agricola, heute trägt das Krankenhaus inseits diesen Namen. Die Universitätsbibliothek der Tu-Berg-Akademie Freiberg wurde 1980 nach Georgius Agricola benannt. In Freiberg gibt es darüber hinaus eine Agricola-Straße. Seit dem Jahr 1995 trägt die Fachhochschule Bergbau in Bochum den Namen Technische Fachhochschule Georg Agricola. Auch das Krankenhaus in Salz und eine Straße in dieser Stadt sind nach ihm benannt. Eine Studentenverbindung mit Sitz in Aachen und Klausthal-Sellerfeld gab sich 1948 den Namen Akademischer Verein Agricola Schlegel und Eisen und, änderte ihn später in Agricola Akademischer Verein. Die Westsächsische Hochschule Zwickau besitzt einen Georgius Agricola Bau. In Glauchau und Chemnitz sowie in Hohenmülzen gibt es ein Georgius Agricola Gymnasium. In den Städten Glauchau und Schneeberg ist eine Straße nach ihm benannt. Veröffentlichungen Bermanus Lateinisch mit französischer Übersetzung und Kommentar Belles Lettre Paris 1990 ISBN 2251345043 Ausgabe Leipzig 1594 Lateinisch Ausgabe Venedig 1535 De Orto Ecosi Subterraneorum Libri V Basel 1546 Ausgabe Basel 1558 De Natura Eorum Quee Flu und Exterra Basel 1546 Nachdruck SNM Bratislava 1996 ISBN 808-575391-X De Feta Ibucenovis Metallis Libri II Basel 1546 De Natura Fossilium Libri X Basel 1546 Englische Übersetzung von Mark Chance Bendy 1955 Nachdruck Dover Pupil Mignola NY 2004 ISBN 0486-49591-4 Deutsche Übersetzung von Georg Fraustadt in Ausgewählte Werke Band 4 HSG Hans Prescher Deutscher Verlag der Wissenschaften Berlin 1958 De Animantibus Subterraneis Libra Basel 1549 Nachdruck VDI Verlag Düsseldorf 1978 ISBN 3-184-0-4-0-0-7 De Mensuris Quibus Intervalami Timur Libra 1550 De Priseo Mettelorme Monitis Libra 3 De Peste Libri 3 Basel 1554 De Remetelicke Libri 12 Basel 1556 Vom Bergwerk 12 Bücher Basel 1557 Faximile Druck mit Kommentar VDI Verlag VDI Verlag Verlagsgesellschaft Weinheim 1985 ISBN 3-527-17535-0 Andere Ausgabe Verlag Glück auf Essen 1985 mit begleitendem Text von Wilhelm Treue 12 Bücher vom Berg- und Hüttenwesen Deutsche Übersetzung von Karl Schiffner 1928 Faximile Druck der 3 Auflage VDI Verlag Düsseldorf 1978 ISBN 3-184-0-0-4-0-0-7 De Remetelicke Bergbau und Hüttenkunde 12 Bücher Übersetzt und bearbeitet von Georg Fraustadt und Hans Prescher Berlin 1974 Punkt 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 Punkt.